Die Britisch-Kurzhaar ist sehr gefragt. Am häufigsten wiedererkannt wird sie als einfarbig-graue Katze. Aber ist das die einzige Färbung, die bei der BKH auftaucht? Nein! Es gibt eine Vielzahl an Farben und Farbkombinationen und die sehen wir uns jetzt an. Einfarbige Tiere sind in aller Regel schwarz oder grau-blau. Darüber hinaus gibt es aber viele weitere Farben wie Lilac oder Thorn, was einem hellen Beige entspricht. Auch Rot-, Creme-Farben oder Schwarz-Weiß kommt bei BKHs vor. Selbst dreifarbige Exemplare gibt es. Abgesehen von den Farben prägt die Feldzeichnung das Äußere der Britisch-Kurzhaar. Im Fachjargon wird die Hauptfarbe des Tieres mit der Zeichnung kombiniert. So kommen Beschreibungen wie Silber-Tabby zustande, die dem äußeren Erscheinungsbild der Viskars-Katze entspricht. Und damit wären wir auch bei den Bezeichnungen für die verschiedenen Feldzeichnungen. Tabby ist eine BKH, wenn sie nicht einfarbig oder einfarbig mit Weiß ist und getigert, getupft oder gestromt ist. Colorpoint sind BKH, bei denen nur Gesicht, Ohren, Beine und Schwanz in der Grundfarbe gezeichnet sind. Als Chinchilla bezeichnet man eine Färbung, bei der nur ein Achtel des Haares in der Grundfarbe ist. Der Rest ist vom Ansatz an glänzend silberweiß. Torti oder auch Schild-Patt ist die Bezeichnung für eine dreifarbige BKH. Interessant ist, diese Feldzeichnung gibt es fast ausschließlich bei weiblichen Tieren. Torby ist eine Mischung aus Torti und Tabby. Harlekin bezeichnet eine Feldzeichnung mit nur einem Sechstel Farbe. Der Rest des Körpers ist Weiß. Und zu guter Letzt Wham. In dieser Variante hat die BKH einen sehr hohen Weißanteil mit zusätzlichen einzelnen einfarbigen Stellen. Welche Farben und Zeichnungen gefallen dir am besten? Schreib es doch mal unter das Video in die Kommentare. Neben diesen Farben und Feldzeichnungen gibt es übrigens viele weitere sehr spezifische Kombinationen. Grundsätzlich genügt das aber, um ausdrücken und bestimmen zu können, welche äußerlichen Eigenschaften man sich von einer BKH wünscht. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne dein Abo da, um mehr Katzenvideos zu sehen und drück auf den Daumen nach oben. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.